Ja, herzlich willkommen zu noch einer Folge von Fischkopf TV. Hier ist der Fischkopf, wir spielen C.O.D. Ghosts im Multiplayer. Und zwar, habe ich mir gedacht, immer nur den gleichen Scheiß ist ja auch scheiße. Deswegen spielen wir jetzt mal den Modus Abwurfzone. Es kann sein, dass ich mitten in einem Spiel platze. Das ist aber jetzt nicht so schlimm, es spielt ja kaum einer. Deswegen musste ich das einfach so machen. Und ich glaube, der Punkt ist, wir müssen hier irgendeine Zone halten. Und wenn wir die halten, dann sammeln wir Punkte fürs Team. Jetzt habe ich gerade gesehen, die Zone ist da hinten irgendwo. Oh, und das Spiel hat gerade angefangen. Sehr gut. Oh, sehr gut. Okay, dann müssen wir jetzt da hinten irgendwie rein. Digga, Vorsicht. Vorsicht. Hier raucht alles. Warum das so ist, kann ich euch jetzt gerade nicht sagen. Aber wir gehen jetzt hier hoch. Gehen jetzt hier hoch. Nehmen wir den Shit hier. Okay, cool. Halten Sie die Abwurfzone. Und was? Was ist denn hier los? Ah, ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Warte mal, lass mich doch mal aufstehen. Was ist denn hier los? Hier ist richtig Party, ne? Hier wollen halt alle hin. Wir wollen halt alle hin. Und wir machen Punkte. Unglaublich viele Punkte. Und wir haben eine goldene Vektor. Und das gibt uns ziemlich dicken Zeck. Ich sehe schon wieder gar nichts. Alter. Zack. Gemesset. Und wir kriegen noch mehr Punkte. Unglaublich. Ist denn überhaupt noch Platz in unserem Punktesack? Bei so vielen Punkten. Haben wir. Haben wir. Naja, Assist. Aber haben wir trotzdem, ne? Zählt ja. Und bis jetzt habe ich Spaß. Bis jetzt habe ich Spaß. Aber wie lange noch? Wie lange noch? Komischer Modus. Aber man muss ja auch mal andere Sachen machen, ne? Viele Leute sagen ja, ach so, egal. Oh. Andere Zone. Hammer, 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 Hammer. Wusste ich gar nicht, dass hier die Zonen wechseln. Und hier kann man dann so Sachen aufsammeln, oder was? Ist das geil? Ziehen wir uns doch mal eine andere Waffe. Auch wenn unsere goldene Vektor eigentlich das Geilste ist. Oh. Oh. Hä? Wollen wir jetzt? Habe ich irgendwas verpasst? Äh. Pff. Ja, hier ist eine Kiste für euch. Oh, shit. Okay, Hammer, 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 Hammer. Da ist noch einer. Es läuft. Es läuft. Hier haben wir irgendwo einen Hund liegen. Würde ich gerne mitnehmen. Also einen Wolf, ne? Hier. Oh, Granate. Oh, shit. Okay, Wachhund bereit. Gucken wir nicht mal. Okay. So, wir müssen aber jetzt... Ach, andere Zone schon wieder. Sag das doch. Ich habe das gar nicht gesehen. Gehen wir doch mal da hoch. Oh, das war ein Kumpel. Wie wurde der jetzt getötet? Aua. Äh. 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 Oh. Das war kein Kumpel. 4 zu 0 erst. Warum das denn? Komm, ich verteile mal hier die Westen. Das ist für euch. Zack. Und auch für mich natürlich. Okay. Ja, ich halte ja die Abwurfzone. Jetzt schreibe ich mir nicht an. Ne, mal. Ist... Ist immer noch die gleiche? Ne, der. Ich bin eine andere. Wo denn? Ach so. Hier unten irgendwo. Kein Problem für mich. Aber die kriegen wir jetzt. Wo sind die Leute? Wo sind die Leute? Okay. Hier hauen wir noch ein Köfferchen. Ein Abschluss im Liegen. Schaffen wir. Wenn wir nur wissen... Aua, aua. Nein. Und Wolfi Wolfgang ist auch tot. Ihr Schweine. Haben wir. Okay. Welcher? Wo ist der Punkt? Hier immer noch. Okay. Halten wir einfach mal. Was haben wir hier? Schönes. Night Owl. Night Owl. So, Digga. Was macht das Ding? Weiß ich nicht. Haben wir jetzt den Punkt genug gehalten? Ist der schon wieder woanders? Nee, hier. Ach, wo kommt die denn her? Mich irritiert das voll, dass dieser Punkt immer wechselt. Also so schnell auch. Was soll denn das? Okay. Erstmal cool bleiben. Erstmal hier aufräumen. Nein. Ich hätte mich erstmal umschauen sollen. Nee, 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 nee. Erstmal eine Night Owl. Was macht die nochmal? Zeigt mir wahrscheinlich nur, wo Leute sind. Machen wir den anderen auch? Nee, nee. Ach shit, wo kommt denn der her? Doch, wir hatten Doppelabschluss. Hab ich gesehen? Hab ich gesehen? Hab ich gesehen? Was ist das hier? Was ist das? Weiß es nicht. Wahrscheinlich markiert das einfach nur... Einen von diesen Orten, wo das hier sein kann. Night Owl erschöpft? Night Owl erschöpft? Willst du einen Tee vielleicht? Oder ein Erfrischungsgetränk? Ah, das war ein Kumpel. Vorsicht, da hinten war noch einer. Vorsicht. Was hier für eine Hektik ist, ne? Was hier los ist? Ein Geben, ein Nehmen, ein Hin und Her. Jetzt ist der Punkt da hinten. Gehen wir mal hier lang. Oh. Oh. Vorsicht. Oh. Fuck, stupid Hacker. Wer denn? Ah, hab ich ihn oder nicht? Ich glaube schon. Ich muss mich kurz hinlegen. Ich sehe nämlich nichts. Aua. Du Sausack. Okay, kein Problem. Kriegen wir. Kriegen wir. Alter! Wie bin ich denn bitte jetzt gestorben? Kann mir das kurz einer sagen? Bitte? Okay, cool bleiben. Cool bleiben. Einfach hier. Schüsse abbekommen gerade. Von wem denn? Was ist das denn hier? Äh, Waffenkiste. Braucht doch keine Sau. Tun wir mal hier hin. Okay. Der Punkt hat schon wieder gewechselt. Alter. Zahltag. Echt, heute? Was gibt's denn heute? 800 Mark. So ein bisschen dürftig, ne? Könnte ein bisschen mehr sein. Oh. Oh. Okay, alles gut. Alles gut. Was haben wir hier? Ah, shit. Die Kisten lenken mich immer so ab. Ich will die immer absahnen. Das ist gar keine so gute Idee eigentlich. Okay, den haben wir auch. Hier noch mehr? Oh. 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 Ist irgendwie eigentlich, äh, macht das Laune. Finde ich. Also mal was anderes. Wurde ja auch mal bitter notwendig hier auf diesem Kanal, ne? Wir müssen auch nochmal schauen, inwiefern sich hier Sachen ändern werden. COD-technisch. Aua. Weil jetzt nach, äh, ich glaube, es sind jetzt 3.475 Folgen. Ungefähr. Irgendwann ist ja auch mal die Luft raus, nicht wahr? Freunde. Wollen wir sehen, dass wir da machen. Oh, da war noch einer, glaube ich. Oder? Und das will ich gerne mitnehmen. Uh, lululululululu. Geschützt bereit zum Einsatz. Sowas. Jetzt können die von dort nicht mehr wirklich kommen. Also können die schon, aber... Es wird schwerer. Da lag noch einer. Da war noch einer, oder was? Da! Nein! Ha, 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 ha. Okay, aber ziemlich viel Einsatz hier. Ziemlich viel Einsatz, der hier gezeigt wird von Leuten. Wo ist der Punkt? Da haben wir noch. Okay. Können wir da durch, oder? Nee. Nicht einfach so. Unser Geschütz, oder? Hat es denn jemanden gekillt, vielleicht, das Geschütz? Oh, was? Nein! Oh, diese Drecksraketen immer. Ich hasse es so sehr. Okay, warte mal. Jetzt ist hier ganz viel... Um die Ecke, wollte ich gerade sagen. Bin aber auch nicht mehr weggekommen. So, jetzt hier. Wie viele Punkte gibt es eigentlich? Wir haben viel mehr Punkte. Des Todes. Come back! Aua, aua, aua. Was? Was? Kommt der denn her? Wo kommt der denn bitte her? Es war ein Geschenk vom Himmel. Ganz schönes Arschlochgeschenk. Drei Abschüsse ohne Abschussserie. Ah, schon gewonnen. Naja. Naja. 7500 Punkte. Juhu! Wie sieht es denn hier so technisch aus? Guck mal, der Zweite bei den anderen 24 Kills, aber 35 Tode. Alter. Alter Schwede. Naja. Naja. Kann man ja machen, ne? Kann man ja machen. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von diesem Spielmodus haltet. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, aber ich finde den ganz interessant. Er ist halt sehr, 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 sehr hektisch. Aber hektisch kann ja auch mal gut sein. Oh, jetzt bitte nicht. Nicht, nicht, nicht die Girls Map. Also Prison Break ist jetzt auch nicht viel. Ah, nein. Nein, bitte nicht. Bitte. Nein. Nein, stimmt doch. Bitte. Prison Break, bitte. Bitte, bitte. Ich glaube, das wird nichts. Naja, gut. Naja, gut. Dann nehmen wir heute das Ding. Mir jetzt auch irgendwann Lachs. Oder Karpfen oder so. Okay. Also 70 Leute waren hier in dieser Lobby. Zwei Schulklassen, ne? Zwei große Schulklassen. Das ist die A und die B. Oder die A und die D zusammen. Oder jetzt in Kindergartengruppen wäre das ja jetzt Marienkäfer und die kleinen Entchen. Würde ich jetzt mal sagen. Obwohl, wie groß sind so Kindergartengruppen? Sind das so 30 Kinder? 35? Es ist die goldene Vektor, die dich töten wird. sind ja jetzt nicht mehr ganz so viele Monate bis zum neuesten Teil. Ich bin sehr, sehr gespannt. Viele Leute fragen mich in den Kommentaren. Sag mal, wirst du das auch spielen? Ja? Das werde ich tun. Das werde ich auf jeden Fall tun. Hier den Schiff mal reinziehen, ne? Bestimmt er nicht. Jetzt. Oha. Nein, ich habe ihn auch gesehen. Und dann hat er mich gesehen und dann hat er mir einen Abschiedsbrief geschrieben. In Form einer Patrone. Okay, vorsichtig. Vorsichtig. Ah, wo war der denn jetzt? Wo? Ja, wo? Ja, wo warst du? Gerade eben. Wir wollen jetzt hier mal unsere Leute töten. Nein, nein. Nein. Zahltag hinlegen und tot. Wir konnten auch ein bisschen was auf dem Weg schaffen, aber auch nicht so richtig viel. Da liegen Leute oder was? Wollen wir da außen rum? Gehen wir mal außen rum. Feindliche Vorräte. Feindliche Vorräte. Gehen wir jetzt mal hier aus, da rein. Der Punkt hat gewechselt. Ich wollte trotzdem mal hier gucken, aber komm. Ah, shit. Warum denn? Cheatet da jetzt jemand? Oder ist es einfach nur wegen der ganzen Vorräte? Ich weiß es nicht. Oh, da war noch einer. Achtung! Feindliche Vorräte! Ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht wo. Ich weiß nicht wo. Hier! Ganzes Magazin! Ganzes Alter! Abschluss des Führenden. Oh nein. Achtung! Feindliche Vorräte! Hier rechts ist irgendwo einer. Von vorne kommt auch gleich einer. Nein! Und jetzt war einer hinter mir. Ich konnte mich halt nicht bewegen. So Leute. Schnell, 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 schnell. Das muss schneller gehen. Komm. Und rum. Und hoch. Und da war einer. Alter! Das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh, hier geht's lang. Hier geht's lang. Hier geht's lang. Und... Haben wir. Da war jetzt aber noch einer. Okay. Der Ort hat schon wieder gewechselt. Alter! Rudet! Rudet! Shit! Das wäre fast was geworden, ne? Dann hätte man auch vielleicht sagen können, naja, naja. Können da vielleicht doch nicht nichts. Aber der Zug ist dann schnell abgefahren. Alter! Es ist doch sehr, sehr hektisch. Aber das gefällt mir. Und vor allem auch, dass alle zu einem Punkt laufen. Finde ich total cool. Hier war irgendwo einer. Habe ich gesehen. Nicht mehr, oder was? Was? Wir verlieren? Oh, aber ganz schön hart sogar, ne? Das ist nicht cool. Ich gucke mal hier um die Ecke. Dass hier keiner kommt. Ah, shit! Wie haben die das jetzt gemacht? Shiterei! Hexerei! Das muss ich anprangern. Und zwar hart. Äh, 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 warte mal. Wo denn? Da lang? Na, na, na. Na, 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 na. Sch, hinter dir, Digga. Hinter dir. Wollte ich mal hier aufpassen? Habe ich. Oh, fuck. Oh, ich seh nix. Ich seh nix. Ah! Den kriegen wir auch noch. Und da ist noch einer bestimmt. Nein, im Moment noch nicht. Ah! Ich hoffe, ich muss da schon... Ah, 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 ah. Hi, 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 hi. Okay, es macht Laude. Es macht Laude. Kann man mal machen. Oh, ey, ah, schau. Ich habe mich auch gar nichts mehr gesehen. 25 verschiedene irgendwelche Perk-Sachen und irgendwelche Kanonen und Fliegefiecher und so. Da konnte ich nicht mehr durchblicken. Ah, was war das denn? Das war der Granatentot. Halten sie die Abwurftung. Okay. Nein. Das geht alles so schnell. Aua. Aua. Okay, ich komme jetzt hier von außen. Und der Punkt hat schon wieder... Nee, hat er nicht. Ich post hier auf. Ich post hier auf. Wieso denn nicht? Der hat doch an. Okay, schsch. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Kriegen wir alles hin. Wir haben ganz schnell aufgeholt. Nein, nein. Warte, ich habe immer so aufgeregt. Ich bin jetzt hier. Lass mich durch. Okay, Slide to Win. Und jetzt räumen wir hier mal auf. Okay, das haben wir schon mal. Da waren aber noch mehr Leute. Alter, der schon wieder. Das kann ja wohl nicht sein. Okay. Hast du? Hast du? Oh nein. Ich hätte nicht da rauslaufen sollen. Warum mache ich denn sowas? Ich hätte nicht mehr denken können, dass da gleich Leute kommen. Okay, jetzt kommen wir hier mal... Einmal von hinten. Einmal... Nein. Okay. Komm mal. Jetzt können wir hier von oben kommen quasi. Haben wir. Hier fliegt aber so viel rum, ne? Nein, was explodiert? Oh. Was? Was ist denn? Ist schon wieder die Abflugzone woanders? Oh, hier steht eine Kanone. Wollen wir noch nicht lang? Überhaupt nicht lang? Und... Tschüss. Nein, 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 nein. Alter. Das war ganz schön anstrengend, Freunde. Also wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und schreibt es in die Kommentare, was ihr von diesem Spielmodus findet. Vielleicht spielen wir die nächste Runde auch nochmal auf, weiß ich noch nicht. Ähm, ich freue mich aber trotzdem drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Das war der Fischkoppelstar und... Tschüss. 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 Tschüss.